mal ganz kurz, wenn ihr euch hier oben weiter durchhackt, seid ihr sicher, dass das überhaupt was bringt? Weil ich bin der Meinung, dass das gar nichts bringt, weil das einfach komplett so gemacht ist. Honeycomb, ne? Ja, richtig. Dass es 2x2 Base war. Bringt nix, was ihr gerade macht. Das war ne 2x2 Base am Anfang. Ah ja, dann ist das Honeycomb. Dann ist das Honeycomb von außen und die halben Dinger für oben. Richtig. Scheiße. Ja, dann spreng. Ja, dann gebe ich euch genau 5 Sekunden abzuhauen. 5, 4, 3, 1, 3, 1, 4, 5 und vorbei. Tut mir leid, ihr seid einfach alle tot. Frischkant. Oh Gott, Alter, da wird jetzt richtig assi, die Dinger anzumachen wieder. Guck mal, krieg ja kein Schaden, der Trick. Ja, die Explosion net. Und du kannst nicht mal wegrennen, in dunklen Zustand, ist das Schlimmste. Äh, Odi? Ja? Ja? Ja, der Loot gehört den beiden. Wenn wir uns aber jetzt beteiligen mit Zetschluss, dann wäre das nicht. Nein, das ist was anderes. Nein, das ist was anderes. Das hab ich ja vorhin schon gesagt. Ich hab jetzt nur gemeint, weil die bis jetzt die ganzen Schweinkraft reingestopft haben. Geht weg, geht weg. Wenn ihr euch noch beteiligt, kriegt ihr natürlich auch was ab, wenn was Gutes dabei ist. Ja, so ein paar Spitzhacken könnt ihr dann haben. Kaputte. Super kaputte, ja. Ey, von mir her kriegt ihr schon ein Ganze. Es ist jetzt auch nicht böse gemeint gewesen, aber so viel Fairness muss sein, wenn die Leute nichts dazu steuern, dann gehört der Rest alle den anderen. Nein, alles gut. Ich schätze mal, vielleicht könnte aus diesem Zusammenarbeiten hier ja noch was werden. Im späteren Sinne für die Leute, die auf der Schleife bleiben. Ja, dann laden sie euch zum Essen ein, verführen euch, massieren euch und dann... Oh ja, das mach ich jeden Abend mit René. Aber ganz kurz, wollt ihr euch erst sagen, den ganzen Pick umsonst hergestellt? Vielleicht noch nicht, warten wir erst mal ab. Ich hab noch zwölf Stück in der Warteschleife. Ja, wer weiß, wer weiß. Wenn nicht, picken wir uns halt mal durch die Handelseite. Ja, aber wo ist unser Sprengmeister? Willst du dich durch die Hardseite durchpicken? Ich war's. Eieiei. Ich hab da noch zwei Satchels hingeworfen. Ja, gut, dann kommen wir jetzt durch die Leatherhatch noch und dann hoffen wir, dass es jetzt klappt. Okay, mach mal in der Licht. Gott, geh weg. Ich hasse Satchels. Geh doch mal weg. Nee, halt, ich hab so Satchels wieder. Aber ich sag, wir hätten wahrscheinlich echt von unten anfangen sollen, nicht von oben. Wir hätten einfach unten reingeworfen. Darf hinein, weil es ist immer besser. Ja, das ist doch die erste Base, die ich entdecke, wo der Loot unten ist. Äh, ich hab übrigens ein Disconnect. Ist das aus? Ist das aus? Das heißt, René oder Lipkowski, ein einer von euch laufen würde. Wo sind die hin? Definitiv nein, Lipkowski. Ich bin letztens so in der Wegehang gelaufen. Komm, wo die drauf sind. Wo sind die Satchels hin? Sind doch geplatzt. Ach, sind beide gleichzeitig? Ja. Ah. Okay, pass auf. Es geht bis drei. Wir schreiben uns ins Team, okay? Warte, nein, wir schreiben das im Chat hier. Nein, das soll nicht jeder mitbekommen. Doch, doch, doch. Im Chat. Ich hab euch schon geschrieben und auf drei senden wir. Okay, warte. Äh, Scheresteinpapier. Wir werden schon lange und wieder da sein. Eins, zwei, drei. Verdammt. Oh, weg. Oh, oh, oh. Kann ich hier hoch springen ohne Probleme? Ja. Oh, das wird aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht mal da hin, ich sehe nicht. Ha, hu. Du guckst einfach hoch springen. Ah, ich hab's aufgesammelt. Gott sei Dank. Ich häng hier irgendwie fest. Und da wird wahrscheinlich... Nicht schubsen! Nicht schubsen, Alter. Wenn das jetzt noch mal einer machte. Du guckst doch mal nicht. Jetzt sie schön in eine Reihe hinstellen. Was haben wir hier echt? Was haben wir hier gerade reingesteckt? 50 Satchels? 40? Nee. 40, glaube ich. Ja. Aber wir hatten Spaß. Ey, ernsthaft, ne? Ich schwöre. Och, ne! Oh, Mann. Oh, Mann. Okay. Oh, Mann. Alter Mann. Nein, ich und Satchels mögen uns nicht. Ich geh' dir wieder mit. Okay. Da ist es 2x2 unten. Sieht irgendwie komisch aus. Oh, wartet mal. Stopp. Flam Turret. Da ist ein Turm. Ne, ne. Flam Turret. Flam, Flam, Flam. Aber da ist eine Durchgabe. Da ist noch ein anderer Turret drin. Es kann sein, dass die auch einen Safe Lootraum haben. Ja, höchstwahrscheinlich. Seht ihr den Laserpointer da an der rechten Seite? Ja, ist auch ein normales Turret. Wir schießen erstmal Flametult gleich kaputt. Das wird erstmal schön Damage an dem anderen Turt machen, weil es ja erst explodiert und dann Flammen haut. Ja. Und, äh, gucken wir mal, was da... Was ist denn los? Ich schrocken, Digga. Boah, bin ich mich erschrocken. Also meine Idee wäre jetzt, ähm, da wir eh so viel Picken haben, dass wir uns hier rechts die Wand wegpicken hier. Genau, meine auch. Kann halt eigentlich nur 1x2 maximum. Als ist das 2x2. Ja, das ist das 2x2 unter uns. Das ist der Eingang und ich schätze mal, dass das ein Safe Lootraum ist. Oder halt unter uns noch was ist, aber ich seh's halt leider unter uns nicht. Aber ich würd mich auch fast da reinpicken hier. Da rechts, ne? Da rechts rein, ja. Ist halt nur Kacke, da können nicht viele Picken, ne? Hier oben könnte einer Picken oder unten könnte einer Picken. Ähm, warte mal. Warte, ähm. Einer, aber zwei können hier unten bleiben. Wir schießen das Dreieck weg und machen dann 4x2. Das ist auch ne Idee, ja. Das ist ne gute Idee sogar. Ähm, Odi? Und ne Picke irgendwo? Ja, hier. Nimm zumal mein ganzes Zeug schnell. Ja. Hier. Ähm, das ist ne andere. Ich schau mir das mal kurz an da unten. Das weg. Kann man da gut reingehen und hacken, das ist gut. Ähm. Warte, mach auch ne Picke vorne. Ja, hier. Warte, hier. Guck mal die. Rein. Die Turret ist leer. Ach du, Odi, 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 Odi. Hier ist ne... Hier ist ne... Hier ist auch noch eine Tür. Das Turret schaut da zwar durch. Ich weiß nicht, ob's leer ist. Oder ob's weiß hin, ob's ein bisschen reingebackt ist. Äh. Takt. 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 Also hier ist auch mal ne Tür. Ja. Ja, schlack doch da, ähm. Ich könnte nochmal gehen, ob der wirklich leer ist. Oder ob ercript gerade. Räuchte halt mal was. Ähm. Warte mal, hier, nimm mal das hier. Ähh. Du! Ja, hack weg die Kacken gleich. Aber der hat auch nicht piep 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 gemacht, ne? Nee, gar nicht. Nee, der steht so halb in der Tür drin. Hast du's beschädigt? Ja. Oh Gott, pack das weg! Da helfen ihm die Hexen nicht. Ja, die Wand ist gleich weg. Bist du aus mit Pfeil? Ja. Aber gib mir mein vier Stück bloß. Weil ich sterbe halt. Gib dir mal vier Setschels da. Gib dir mal vier Setschels da. Gib dir mal vier Setschels. Genau vier Stück, Lukowski. Genau vier Stück. Ich stirb nämlich eh. Nee, jetzt hab ich 10. Ja, ich weiß. Nee, egal. Nee, warte, ich komm. Nein. Er kann's ja danach, ja. Ich hab das ehrenvoll aufgenommen. Ich hab's aufgenommen, die sind ehrenvoll tot. Plupp, macht's. So, wer umfällt sich als nächstes? Ich nicht. Ich bin gleich wieder da, ich lauf schon. Ey, Tim, sag mal, warum bin ich nicht mehr deine Prinzessin? Ey, Tim. Ich bin nicht so freundlich von dir. Ja? Ich bin immer auch nicht deine Prinzessin. Geht's? Nein. Ich erstell grad's. Nein, das war überhaupt voll frei. Oha. Ich bin reingejobbt. Keine Leiter mehr? Nee. Doch, Odi müsste eine haben. Ich? Wie habt ihr vorher da wieder rauszukommen, am Ende? Ja, so kommst du ja ganz normal raus und einer opfert sich halt, macht sich naked und dann pumpt man sie halt hoch. Ja, der opfert sich fürs Team. Richtig, der bleibt einfach dran sein. Ich hab dir eine Leiter dabei. Oh, wow. Oder mit einer Leiter. Ja, die hättest du dir, glaub ich, aufsparen sollen, bis wir alles weggesprengt haben. Oh, die, Alter. Oh, Mann, ey. Hä? Deckung, 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 weg. Geht mal weg. Ich glaub du Koski sprengt weiter, oder ist es du Koski unten? Ja. Der Naked ist einer von uns, ja? Ja, ja. Kommt ihr denn nicht hoch? Ja, die Leiter kann man nicht hochgehen. Klar, ich bin hochgehangen grade. Ja, lass mich mal da ran. Was ist das für ne Leiter, Mann? Ist gar nicht easy. Jetzt hast du ihn deprimiert gegangen. Jetzt ist er depressiv. Oh, jetzt kommt nicht mehr raus. Jetzt kommt nicht mehr raus. GG. Lernshaft. Warum sprichst du denn da jetzt rein? Nein. Hättest du nicht so klicken können? Ah. GG. Ähm. Ich hab'n Schlafzock noch mit. Den könnte man draußen legen und... oder so. Lass schon her. Wow. Umsonsten sterben. Und? Noch eine, ne? Eine fehlt noch. Ah! Du Ratte! Oh! Ne, jetzt gleich. Jetzt wird's zu dünner, die Schnur. Oh! Ähm. Du musst'n. Das ist ja gar nix, wa? Ein Schlafsack. Auch nichts drin. Ein Schlafsack und, äh, Krill. Das gibt's doch gar nicht, oder? Warum rennt ihr Lemminge jetzt eigentlich alle da rein? Fuck. Jetzt müsste mal einer kommende Granate, Alter. Einfach da rein. Weg. Weg. Jungs. Ja. Schwierig. Ja, äh, jetzt geht's weiter damit. Set jetzt. Ja, aber das Druid hat doch in die eine Richtung geschaut, Mann. Die haben doch... Die können doch gar nicht mehr viel... Viel Auswahl gehabt haben, jetzt, oder? Aua. Aua. Ich hab was zu trinken für mich immer halt, ne? Was brauchst du? Ich brauchst zu trinken. Ich hab... Ich sterbe schon da dran. Okay, da ist... Wenn du in unsere Base hinterläufst, dann... Da ist der, da ist der, da ist der. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Ja, der ist der. Er weiß... Er weiß... Odi die Erde. Ja, bitte, bitte. Lass mich... Den Typen, bitte. Geht mal alle raus. Geht raus. Nein! Wer war das jetzt? Oh, Mercury. Ich war das doch nicht. Ach, Leute. Wir hatten den jetzt erschossen. Wir hatten ja einen P5, welche. Ne, ist Raptor. Der interessiert mich nicht. Ähm, ähm... Für alle jetzt bitte nicht diesen komischen Ghost, äh... Scheißer da töten. Wartet mal. Schaut mal. Wartet mal. Stopp mal. Geht mal alle raus da. Wieso stehen denn alle hier drin? Ich setz... Ich setz fest. Ich... Ich kann nichts den Zuschauern zeigen. Weil ich da... Alles, was hier jetzt wichtig ist, mal raus. Okay. Lass mich das mal reingucken für die Zuschauer! Ich... Egoistisch! Lass mal Udi reinkommen. Nur Spritzen? Nein, das ist nix. Alter, guck in die kleine Kiste. Rüstung? Oha! Ja. Ja, jawohl. Ja, die Rolltoube, ja. Ja, die Rolltoube, dass wir das jetzt einfach mal alles aufsprengen. Ja. Ne, E2. Ja, warte mal lieber. Mach mal eins schon oder so. Ja. Ich hab immer noch ein komplette Gearset von, äh... Ja, das hab ich... Das ist noch von mir. Das hol ich mir gleich. Ja, komm mal nackt zurück, damit du halt wieder nehmen kannst. Ja, ich komm eh. Ich glaub eh nur nackt. Ja. Boah, wie happy die das Leben jetzt runter geht, wenn man wusste noch Null Wasser hat, ey. Ja, so. Bring mal n Wasserkanister mit. Dann. Bauschrank. Steine. High Quality. Wasser ist hier. Hier hinten ist Wasser. Wecklz ohne Händel. Rüstung. Oha. Brustwasser? Äh, in der Kleinkiste da. Hier, Kleinkiste. Ja, ich komm nur noch mal da. 2. Ich bin eingeklemmt hier hinten. Äh, Leute, hier geht's weiter. Hier rechts. Wir müssen hocken. Ja, ja. Das ist noch nicht alles. Das ist noch nicht alles. Definitiv nicht. Aber hab ich grad gehört, ne Bolt. Pumulted in TC. Da war glaub ich auch ne Bolt. Ja, ja. Vielleicht ist es auch im TC drinne. Der schlägt den Eck schneller. Wir machen den TC kaputt. Was ist drin? Boah. Lass ihn. Lass mal reinschauen den Odin. Lass mich nicht raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Aber immer noch kein Schwefel. Lass mich raus. Echt? Echt jetzt, Udi? Ja. Hier. Ach ne. Schrollflinten und sowas alles. Oh mein Gott. Ein Licht. Meinsch. Hier, die A ist angehittet. Hier hab ich auch schon gesucht. Äh, wirf mal gegen die auf jeden Fall hier gegen. Schaffen wir trotzdem nicht mit zwei. Ne, aber wir können dann noch Bohnendosen machen. Aber auch mit Schießpulver und Metall. Ja, Schießpulver haben wir doch hier. Geh mal weiter. Ich bring das Ding. Und Metallschul haben wir auch. Alle raus. Alle raus. Alle raus. Alle raus. Alter, lass mich mal aus der Ecke. Alter, wenn ich jetzt die Schaden kriege. Ja, genau. Stellt euch mal vor mir. Hehehehe. Bitte wirf in die andere Richtung. Hehehehe. Was ist ja echt ganz lustig. Wenn du jetzt hier in die Menschenmenge so eine Satchel rein schmeißt. Jo. Weil halt alle unten sind. Da geht's halt nicht so ganz einfach. Ich komm hier nicht mehr raus. Ja, warte. Ich buch sie dich mal. Warte. Ich buch sie ja nicht. Warte, dann muss ich gleich hier Bohnendosengarnaten herstellen. Ja. Soll ich mitmachen, oder was? Ich kann hier auch. Ich mein, wenn ihr sagt, ihr meint da ist noch was. Wir haben noch C4. Da ist auf jeden Fall. Da ist noch. Da ist noch. Ihr habt auch noch um die 6 C4 gehabt voll. Oha Raketen. Was? Ach du bist so ein Spinner ey. So ihr geht jetzt mal alle raus. Die 6 Satchels und den Bohnendosen. Alle raus. Alle raus bitte. Bohnendosen haben wir gar nicht mehr. Weil alle vergriffen. Nicht dass ich im Eingang stecken bleibe jetzt so. Genau. Was? Ähm. Hey. Alle weg. Hat noch jemand C4 von euch gehabt, oder was? Ne Bohnendosen, oder das? Achso. RIP. Ihr müsst dann gucken auf die Sachen, die hier noch liegen. Ob ihr noch welche haben wollt, bevor die jetzt alle dispawnen. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Unwichtig hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Weg. Weg. Boah. Danke. Kann mich mal einer hoch boosten bitte? ganzen Blutgeier hier. Ja echt mal. Hört mal auf mit der Scheiße, Alter. Geht mal weg jetzt so. Bitte. Geht mal weg. Vor allem müssen doch nicht 20 Leute da unten sein. Ne, versteht das eh nicht. Mann. Gott. Ja, ich muss hier unten sein. Ich bin der Kameramann. Ja. Du bist der Kameramann. Alles gut. Und wie gesagt, es wird keiner leer ausgehen. LOL. Ist das so? Jaja. So, dann reden wir mal über meine Vermittlungsprovision, ne? Ähm. Achso. Du machst die Erde immer mit mir zusammen gespielt zu haben. Die Ehre? Ich? Aha. Okay. Gibt's hier die Google? Wo alles eigentlich ist? Die abonniere mich, Alter. Du wirst nie wieder Videos sehen von mir. Ja, hinten. So, Aufnahme ist gestartet. Sie können weitermachen. Uli, ich will ein Kind von dir. Ach. Alter, Mercury, Alter. Heute, keine Ahnung, seitdem ich ihn heute gesehen habe oder mit mir reden habe, hat er nur rumgesponnen, Alter. Ich liebe dich. Dann ländern, ich liebe dir. Oh. Oh. Nein. Nein. Erst nicht. Nein. Bist du noch da? Alter. 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 Was ist los? Also, eure Bolt-Geschichte hat sich erledigt. Bolti, alles. 18 AK-Bollies. Was ist denn da drin? Komponenten, Alter. Guck durch die Komponenten. Ja, ist schon krass. Ich muss mal raus. Lass mich doch raus. Dann kann ich... Also, bitte nicht alle auf einmal, aber was liegt da jetzt alles drin? Waffen. Waffen, also Komponenten und Waffen und nochmal Zs, also zum Anziehen. Ja, passt. Wie gesagt, bitte lasst das einfach noch drin. Wir erklären das danach mit den Leuten, die aktiv auf dem Server weiterspielen. Da brauchst du mir nicht sagen. Alter. Exklusiv-Money. Hier ist der Satchel. Da. Links unten. Ich will auch mal gucken, wo denn... Ich hab die... kann ich gesehen, die kleinen Dinger. Ja, alles gut. Kränken, ist der vor einer? Zehn Stück. Wie viel Satchel? Zehn Stück? Zehn Stück waren da drin, ja. Alter. Noch näher kann ich den Kriegsschaden, glaub ich. Ne, alles gut. Schöne Aufnahmen. Oh, warte, kommt die Malch jetzt noch. Nein! Da seht! Bleib! Ja, ja. Mach durch. Ja, geh weg! Ach so, geht noch einer mit, gell? Warte, warte, ich muss noch einer. Wollen wir den Channel runtergehen kurz? Oder wollen wir den Channel runtergehen kurz? Wollen wir den Channel runtergehen kurz? Oh, wir betrögen. Guttun. Wegen am Airdrop. Ja, die drei Airdrop-Rotern. Guck mal, ich fand grausial mit meiner Musik. Ach, Leute. Oh, da sind sie. Nicht schießen, bitte. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Da ist er. Ghostmaker. Hallo Ghostmaker! Erstmal kriegst du von mir einen schönen, ne? Und er wird zum Genuss. Nee, der soll so im Kopf, so wie ich Und, äh, was haben wir noch alles? Sehr schön Sulfur, ja Oh ja, Kohle, Metallspitter Und hier ist noch eine kleine Kiste hinten Da komm ich nicht ran Komm ich immer noch nicht ran Naja, noch Immerhin über 4000 Stoffen Alles, ne? Also, wer hat das jetzt, ne? So, rollt mal den Typen hier leer Und schmeißt mal das in die Kisten rein Damit das nicht wegspauen, bitte Die Verbündetenbasis, die sich hier neben mir baut haben Noch gleich hochzunehmen Ja Ja, kann man auch machen Wenn wir schon da sind Eben Alles aufmachen Und da wir so viele Leute sind Brauchen wir nicht mal oft laufen Wenn wir jetzt alles leer machen hier Richtig Wobei, ich bin leider Wir haben ja erst vor kurzem die Fingernägel manikürt Und ich weiß nicht Ich würde dann lieber hier Wache schieben, glaube ich Aber ist schon feiner Stuff, den ihr rausgeholt habt Auch für die Sprengkraft Das Schöne ist ja Ihr habt euch ja einen dicken, ekligen Gegner vom Hals hier halten Wartet da Hallo Wartet kurz Bin da, bin da, bin da In der Welt? Ich hab's gar nicht Sorry, Odi, nicht dran gedacht Ne, ne, alles gut Aber zwei reichen, ich wiss da ja Ja, ich hab jetzt mal Doch Ja, ja, klar Ah, hier sind ihre Looträume hier unter Leitern haben wir ja Nein, haben wir nicht Wer weiß Ich mach jetzt die rechten Satchel dran, ne Odi, bist du da? Ich bin, ja, ich bin oben Warte hier, Odi, guck mal kurz, wo das Cheap Metal ist Das ist hier, bei dem hier Okay, da als erstes rein, bitte Sorry, ich mach's jetzt ran Ja, durch Haben auch noch Satchel noch? Noch eine? Ja, ja, ja Wartet mal Wartet mal Ich hab keine Leitern bei Ich brauch mal einen mit Leitern hier oben auf dem Dach Ich hab leider keine Leitern Hä? Dranky steckt fest in der Psycho-Eck auf der Wallspace Einen mit Leitern bei Die Leute hier ist voll Wartet mal ganz kurz bevor ihr werft Na Ja, wartet mal ganz kurz Zu spät Ich hab keine Leitern Leider auch nicht Hallo, pick me und so aus, das ist alles easy hier Nein, Franky ist in ein Loch gefallen In ein Dreieck, bei der Haupt-MU Da liegt jemand Hallo, du Der war Omega Der hat eine MP5 Odi hat eine Leather Hedge Hm Und der ist sie direkt Engel Der ist er Home Home Holokawsky linke Seite Nein, 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 hier ist Holz hier ist doch holz wir können das doch ich werde hier durchgegangen hier ist holz hier ist holz wo ist holz das holz das können wir auch aufpacken zur note ja dann geh durch die rechte seite als erstes durch die rechte seite hier steigen lass erstmal hier rein ja hast du ja ich bin ich habe mich gerade in unserer eigenen base verlaufen legt da mal das jetzt schliff an danach schließen wir jungs gehört eine setzschel danach schließen wir okay kann man nicht mehr so viel money also brauchen wir noch eine leite oder keine money mehr ok ganz ruhig nicht wieder stürmen ganz ruhig leute ich gucke ganz normal ich ja also jungs nur scheiße das hier raus mercury danke zeig mal hier ja scheiße nur scheiße dran ganz hinten ist noch was zu knabbern bisschen high quality das ist jetzt rechte seite lukowski wie viele setzels hast du erstmal die frage drei okay wir werfen die dran dann 1c4 weiß zwar nicht ob es reicht aber den rest machen wir dann so kann ich auch mal reinschauen und so da ist auf jeden fall ah stimmt wir brauchen keine leiter mehr wir können hier drinnen jetzt bauen ja aber wir brauchen keine leiter mehr wir können hier drinnen jetzt bauen ich brauche eine leiter ich brauche eine leiter ah stimmt cranky scheiße du wirst ja noch dran ja ich bin schon auf dem weg kraftig wird reingepuntet los los bonnet 7 ja komm weg alter jungs damn 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 da ist er darf ich mich an dem rächen bitte weil wir gerade c4 gewastet haben für den Ruckabäum. Macht ihr, ihr könnt nicht gehen, was ihr wollt. Arsch, ey. Wir sind mehr als glücklich, dass wir unsere Nachbarn wahrscheinlich jetzt vom Server vertrieben haben. Wenn's gut läuft. Nee, lass... Ich würd's auch nicht, also das ist heute erst entstanden, um sich das wirklich... Ey! Das ist Waze, wenn man hier durchkommt. Schwein, ey. Ja. Lass das gut sein, lass die... Ja gut, komm, dann lassen wir's. Wichtig ist, dass der Hauptding platt ist und gut ist, ja. Wenn wir grad sagen, komm, dann ziehen wir uns mal alle zurück zu unseren Basen. Oh, der Heli kommt und ich bin voll. Los, wir nutzen jetzt die Basen und den, und machen den Heli noch. Das ist schwer, oder? Jeder hat doch hier ne Semi dabei, oder? Ja. Alter, Leute, wenn ihr da oben in den Heli Tower vor denen reingeht, wenn ihr da eine Brandrakete reinsetzt seid ihr weg. Nee, nee, in die große Hauptbase. Ich jumpe, ich jumpe. Okay. Wir machen den Heli alle zusammen, oder nicht? Ja, aufschluss. Wir machen Heli, wir machen Heli. Ich brauch aber Munition, ich hab nur noch 16. Das geht nicht gut aus. Das geht auch nicht. Nehmt die Bolt am besten mit. Udi, hast du ne Spritze bei dir? Ja, wir brauchen eine. Ja, ne, bei dir. Äh, da. Heli kommt zurück. Also Udi, wir spielen mit ihm seit zwei Monaten kennen wir den, ja? Ja. Hilly ist echt chillig, aber seine Mates sind halt Hardcore Raster. Und die scheißen auf Hardcore Raster. Naja, dann scheißen wir zurück. Nur zur Information halt, weil du meinst, wir sind zu dick. Sind wir auch. Ich bin doch auch noch da. Ich bin doch auch noch da. Ganz ruhig. Kommt genau um mich zu. 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 Wo sind wir? Da hinten. Happen. Also Madics und sowas legen. Hallo, hallo. Mit Jungen lege ich alles noch in die Kiste. Ja. Macht das gleiche. Happen gehüttelt? Das Streak muss gar graded werden, Jungs. Ja. Hab ich krank gemerkt. Ich hab nur noch keinen Hammer auf dem Tauch. Ich hab's ihnen gar nix mehr. Ich hab's ihnen gar nix mehr. Ich hab's ihnen gar nix mehr. Okay, jetzt kommen Raketen, glaub ich die ersten. Gibt's schon mal ne Deckung unten. Hey, war kalt, war kalt. Gut. Cooler hat mich jetzt aber. Ich hab's noch mal Raketen. Ja, jetzt, jetzt könnt mich ich kommen. Ja, ja. Ich hab's jetzt. Alle schon rum, hier in die Mitte. Yo. Alle wieder hoch? Oh nein, wir kommen nicht hoch. Oh scheiße. Hey, unten ist noch ein Problem. Ja, Daniel, wir haben ein Problem. Mal gucken, ob wir unten noch Medics finden. Da müssten auf jeden Fall noch, äh, Ey, Beschissener konnte er noch gar nicht reinschießen hier. Jetzt sitzen wir hier unten fest. Äh, Rottet, glaube ich. Haben keine Medics hier, ey. Lasst euch bitte Zeit. Wir können noch nicht hochkommen. Ja, ja, okay. Beschissen wir hier. Mal gucken. Oh ja, ich treff bloß. Ich verlasse die ganze Zeit, Leute. So ne Scheiß, wa? Ich hab keine Munition mehr. Ah! Munition liegt hier am Turret. Radio, rückgebissen. Hier, 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 rückgebissen. Ja, rückgebissen. Danke. Danke. Perfekt. Medics liegen auch noch am Turret. Gleich kommen wir raus. Gleich kommen wir raus. Jetzt kommen wir raus. Wir können hier oben raus. Ja. Halt zu einem Ding. Ja, ich bin zu unfähig, um da rauszuspringen. Oh shit! Da geht's. Ich bin tot. Ich hab mega lag. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin grad noch im Deckung hoch. Ach, mach mich. Er ist down. Er ist down. Er ist living down. Oh, Bette, Bette, du musst irgendwo in der Küste uns ziehen. Jawoll! Okay, Auto Turret nehmen. Das da aufstellen. Leute. So, bitte. Hallo. 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 Ich sitz hier oben im Tower fest. Ich sitz hier oben im Tower fest. Hallo, hallo. Tranky, schon wieder? Schon wieder? Hat mir ja keiner den Hammer gebracht hier. Kann mich mit dem Mann aufheben, ich bin aus diesem Scheiß-Tower-Räuchert rausgefallen. Ich bin tot. Dann, Kollege, müsst ihr mich sehen, irgendwer. Alle, alle die können, safen jetzt mal den Heli. Ja, wo ich grad sah. Ich geh an den Tower hin. Wo sitzt du denn fest? Ich, Chris, ich lieg hier am Boden, ich lieg hier am Boden. Wo denn? Vor dem Turm. Ich seh da jemanden doch. Wegs, wegs, wegs. Dich, ich springts. Da, genau, raus, genau. Ich hab dich. Ich hab dich. Schnell, schnell, schnell. Obwohl, wer hat den Hammer für das Tyroids? Ich hol ihn hoch. Ja, holt mal das Tyroids, stellt das Tyroids auf. Ich hab dich. Ach, danke. Der, der den Bauplan hat, den Hammer hat, alle mal dann beim Tyroids sammeln. Ja, klar, klar, klar. Ich bin am Heli und safe. Ich hol mir welche, da drüben liegen ja. Auf, weg zum Heli. Komm, er ist nackt da, immer noch. Du gewirbt, Lipkowski? Natürlich, ich war in den Bergen, Mann. Ja, das war doch mal ne geile Idee, oder was? Ja, der hat im Ende auch Fokus auf mich. Ja, in den Bergen war ne dumme Idee. Gib ich dir recht. Warte, ne Dinge, ne coole. Er hat nur auf mich gefickt, ne ganze Zeit. Okay, alle vier, alle vier Kisten sind da. Ray-Countern mit zwei Leute. Echt jetzt so? Ja. Ja, die kommen. Scheiße. Ja, dann stellen wir das Tyroids um, oder? Ja, das muss umgestellt werden. Wer hat den Hammer? Wer hat den Bauplan? Bei mir im Inventor muss was sein. Hammer oder sowas. Ich kann hier nicht bauen. Äh, passt nur auf, ich... Einer müsste sich mit Polt in den Tower oben reinsetzen. Soll ich das machen? Warum hab ich hier nicht genug Plätze? Ich bin der Arsch. Ich bin der Arsch. Ja, du hast hier genauso wenig Platz, wie ich, Mann. Ich hab'n Hammer, aber keinen Bauplan. Ich hab'n Bauplan, aber ich kann hier nicht bauen. Ja, auch nicht. Warum nicht? Warum nicht? Hier kann ich bauen. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich geh jetzt... Turret hab' ich, Turret hab' ich. Warte, ich geb' dir noch Zeug mit, Lukoski. Wo bist du? Komplett voll. Ja, egal. C4, hallo? Dann gib' her. Wo bist du? Jumping. Lass den Odi... Lass den Odi noch in... Lass ihn in die Kisten schauen. Als allererstes. Ey, wohin den Turret? Ich würde es auch notfalls rausnehmen und dann gucken, dass ich damit erstmal irgendwo hingehe, wo es safe ist. In der Base oder so. Ja, ich hab' noch zwei Pärze. Äh... Heute, ihr habt's glaube ich nicht ganz richtig richtig, äh... Die Raider bekommen jetzt, ja? Ja, haben wir schon bekommen. Kann jetzt jemand hier was hinbauen, was das angeht? Jetzt wird's gleich Lustig sein hier gleich. War hier hinten. Es ist Nummer 92, also... Wollten wir das eigentlich schaffen. Ich finde ganz übertrieben, Alter. Wie ich abspritz bring' dem jeden, ey. Der Spiel hat hier alles weggeballert. Ich komm' hier nicht weg. Ähm, erste Kiste ist ne Halbautom... Äh, Quatsch. Äh, ne MP. Zweite Kiste ist MP Muni. Alle registrieren an dem Turm wieder, wie immer. Aber warte, ich komme. Ich komm' leider nicht wo. Dritte Kiste ist ähm, 556er. Wo ist der Turm? Der Heli-Tower hier. Aua, wutsch, wutsch. Okay, ich bin autorisiert. Autorisiert. Wo, 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 wo. Und die letzte Kiste ist ne MP5. Jo, alles aufnehmen und dann weg. Und lass' den Heli liegen, Kommios. Ich brauch' ihn nicht abbauen. Warte, war da jetzt nur Munition drin? Munition, Munition, ähm, MP und äh, MP5. Okay, bring' weg. Wow. Alles mitnehmen. Ja, richtiger, richtiger Drecks, äh. Ruf ihn, packst Tyrion wieder ein. So. Wenn ihr was habt, ihr könnt ihn gern haben. Äh, äh, äh. Oder habt ihr, habt ihr das komplette HQ mitgenommen? Hey. Ja, ja, doch, 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 das ist der Cranky von uns. Ja, passt schon. Alles was da drin war, haben wir grad rausgemacht. Ja, passt schon, alles gut. Gegen dem T-Spawn. Noch'n Kollege? Ja, das bin ich. Ich komm' nicht rein, ich geh' weiter zu meiner Biss. So, alles drin. Geh' mal rein. Jetzt müsste ich das hier, ich kann's ja nicht zeigen, ich muss ja rausschneiden. Wollt ihr das alles sehen, wie eure Base aussieht. Nee, ich würd' dir halt ein, ein Ding noch zeigen. Ja, dann, ach, naja, komm, mach dann. Ja, soviel zu sehen gibt's ja nicht. Ich würd' dir halt bloß einen Teil zeigen. Ähm. So, unsere Auskotzkisten. Ah, soviel zuZYвод Trudel gekämpft. Ah, ja, jaja. Ja, ja, am Arsch Alter. Ups, da war ein Tyrion. Warte mal, bleib mich mal weg. Ah, schade, dass ich das jetzt nicht zeigen kann, ey. Äh. War auch überhaupt nis geplant oder so? Ja, nö, nö, überhaupt nicht. Ah, stimmt, ich kann mal von der Seite nicht hin. Nee, du kannst leider nicht mehr einer collects kindergarten. Lass meine Kinder einfach... NAAA! Ich dachte, das ist aus! Nein, ich komm nicht hin. Geh weg. Macht meine Kisten... also macht er die Kisten. Ich hänge gerade fest. Ich kann gerade so schön springen. Wir kommen jetzt in die andere Richtung. Achso. No Bullshit, weil du ein bisschen püffelst. Sechser, verschiedene Folgen Munitionen. Denkst du mal HV wieder? Und Brachmonie denkst du mal, oder? Ah tje! Jetzt aus den... aus den Dingern, oder?